Hey, for anyone. Show me your flexibility. So könnte die Haushaltshilfe der Zukunft aussehen. Der Humanoid for anyone kommt aus Metzingen und soll von da aus die ganze Welt erobern. Grundgedauern ist es ein Multipurpose-Device, also das heißt ein Allzweckgerät. In diesem Fall kann es im Haushalt, aber genauso auch in jeder Industrie eingesetzt werden, da wo Menschen heute eingesetzt werden. Dinge mit künstlicher Intelligenz erkennen. Greifen, Maus. Verstehen und greifen, das ist neu. Bisher mussten Roboterarme von Fachleuten mühsam eingerichtet werden. Dieser hier kann sich seine Bewegungen selbst ausdenken und programmieren. Geht mal her, wir haben heute Facharbeitermangel. Wir werden immer, ich sag mal, auch immer älter werdende Bevölkerung. Das heißt, wir brauchen mittlerweile Roboter, die nicht nur programmiert werden müssen, sondern wirklich mit denen einfach gesprochen werden kann, wie mit einem Menschen auch. Gebaut werden die Roboter im Metzinger Ortsteil Riederich von Neura-Robotex. Ursprünglich war die Idee, die Produktion auch in China anzusiedeln. Doch das wäre am Ende sogar teurer geworden als hierzulande, aus einem einfachen Grund. Weil die ganzen Kerntechnologien, die da drin stecken, aus Deutschland kommen und somit es sich nicht rentieren würde, alles nach China zu senden, zusammen montieren, wieder zurück zu senden. Also wir haben das so, wir haben es auch so damals gemacht und haben uns dann auch aus wirtschaftlichen Gründen mit entschieden, es wieder zurück nach Deutschland zu holen. Anfangs hatte das Unternehmen Investoren aus China inzwischen nicht mehr. Die Kunden wollten keine chinesischen Teilhaber. Das hier ist eine Art Kinderschule für Roboterarme. Hier benutzen sie zum ersten Mal Motoren und Tastsensoren. Ihre künstliche Intelligenz wird auf die kommenden Aufgaben trainiert. In etwa so, wie Menschen am Anfang ihres Lebens lernen, Arme und Beine zu gebrauchen. Was sie hier tun, die lernen genau das. Also sie lernen sich selber kennen. Das heißt, wie ist Verhalten der Kabel im Roboter, wie ist Verhalten, sag ich mal, der Temperatur im Roboter, wie ist die ganze Reibung und so weiter und kompensiert sich dadurch. Das heißt, wir füllen ein neuronales Netz und daraus kommt das Wissen, um sich bewegen zu können, genau zu sein, sensitiv zu sein. Inzwischen wird in Metzingen an dieser neuen Generation Roboter gearbeitet. For Anyone kann womöglich irgendwann bei jedermann zu Hause unter die Arme greifen, mit Hilfe künstlicher Intelligenz.